Steig ein in meine Karre, yo man, was geht ab man? Moin Leute, was geht? Mein Name ist JudoGamescom auf der Playstation 3 und herzlich willkommen zu Let's Play Together GTA 4, die Ballade of Gay Tony. Heute werde ich euch mal ein kleines Fallschirm-Tutorial zeigen. Oh, die Ferraris sind leider schon weg. Und bei diesem Tutorial soll es darum gehen, den richtigen Sprung zu finden. Und ich habe sogar einen Fallschirmlehrer dabei, das ist heute nicht YouTube Gamescom, sondern das ist Igor. Er wird euch begleiten und jetzt fangen wir mal an. Igor, was geht ab? Stell dich mal vor. Hallo, mein Name ist Igor. Ich bin 35 Jahre alt und komme aus Serbien. Yeah. Pusikurac. Also, ich habe schon über 500 Sprünge gemacht für eine Brause-Marker, die ich hier nicht nennen möchte. Blauer Bulle. So, wir fahren heute zu verschiedenen Orten. Wir werden heute Landungen üben und Gleiten üben. So, da vorne ist das Gebäude. Ja, wenn ich dich mal schnell stören dürfte, Igor. Ich hoffe, ich darf das? Natürlich darfst du das. Warum hast du eine Waffe in der Hand? Damit du nicht so blöde Fragen stellst. Darum hochkommen. Los. Ist in Ordnung, Igor. Ich bin schon da. So, das sind wir. Äh, ja. Übernimm du mal, lieber Igor, weil du bist ja hier der Fallschirmspringer. Hallo, meine Freunde und Abonnenten von der Junge Zaka. Ich zeige euch heute, wie man Fallschirmspringen tut. So, du hast nicht aufgepasst. Guck auf Bildschirm. So, hast du auf Bildschirm geguckt? Dann gut. Guck mal, das ist hoch. Ohne Rucksack bist du tot. Okay? Wir lernen heute mal das richtige Abspringen. So, springt man ab. Schön nah an der Kante. Oh, öffnen. Wichtig ist das Öffnen. Das war leicht. Jetzt kommt schwierige Aufgabe. Wir müssen uns Sprengstoff besorgen. Alles legal. Guck. Alles legal. Nur legal haftet. Das war Terrorist. Aus dem Grund getötet. So, weiter geht's. Aufgepasst. Jetzt kommt die Landung. Der letzte Punkt auf unserer Liste. So, Absprung. Jamma, jamma, jamma. Okay, gesungen. Fertig. Wir müssen heute auf Basketball landen. Der ist da vorne. Ach ja, da bin ich ja mal wieder. Euer YouTube Gamescom. Da vorne ist der Basketball. Da müssen wir jetzt landen. Und wie das aussieht, kann das der Igor schaffen. Ruhe. Du lenkst mich ab. So, da sind wir. Das Starblaster Hotel. Besser geht's gar nicht. Und da haben wir es doch geschafft. Das war unser Fallschirm-Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, dann schreibt es mal in die Kommentare. Und jetzt werden wir versuchen, in die Menschenmasse zu springen. Komm, komm, komm. Ja, Igor, du bist tot. Aber ich lebe noch. Haut rein, Leute. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.